Was ist los? Die stoßen an. Haben die dafür auch was zu verständnis? Oliver Giroux. Ach ja, versuchts mal. Und der Ball ist wieder da draußen. Dann hat's ihn wieder sowas. Dann kommt er richtig gut drin. Oliver Giroux. Giroux, er kontert, er kontert, aber er bleibt an allen hängen. Selbst an sich selber oder sowas in der Arzt. Es geht weiter. Er hat die Ballerbauen gespürt. Er schubst ihn um. Dafür gibt's eine gelbe Karte. Und wenn's dafür eine gelbe Karte gibt, dann gibt's dafür auch einen Elfmeter. Und zwar für Leo Wassendrein. Und da ist es. Fast gewesen. Das ist 1 zu 1. Abstoß ist es jetzt. Dann hat's ihn der da. Konter. Und er sitzt einen ein, der viel besser ist als er. Und zwar der junge Leo Wasserburg. Und das ist das 2 zu 0.